So, einmal den Tresor. Den Tresor, den kannte ich bis vor wenigen Jahren gar nicht. Da wurde in Hameln der Tresor-Club gegründet, da kannte ich auch Herrn Tresor nicht. Ich habe dann erfahren, der wohnt in Hameln. Da habe ich mal geguckt, was hat der so gemacht. Da bin ich auf dieses Fahrzeug gestoßen und das entspricht genau meiner Philosophie. Etwas Besonderes, etwas Kräftiges, etwas für Herren. Doch dennoch zu öffnen, das heißt, man kann im Sommer auch mal den Himmel sehen. Gerade mal 39 Exemplare gibt es von diesem Tresor und nur einen Rechtsgelenken. Für diese Rarität hat Klaus Steffens eine längere Reise auf sich nehmen müssen. Da bin ich nach England mit meinem Laster und wollte den normal aufladen, wie man Autos eben auflädt, vorne zuerst, hinten zuletzt. Das ging aber nicht, weil das Fahrzeug hat vorne einen großen Überhang, hat diesen Tresor-Spoiler, der gerade mal 6-7 Zentimeter über der Erde schwebt. Dann habe ich das Auto dann umgedreht und habe das hinten zuerst drauf gezogen. Aber da hat es auch mächtig gekracht bei dem Spoiler vorne. Der Roadster ist eines der fahraktivsten Autos von Klaus Steffens. Mit einer Leistung von 250 PS erreicht der Tresor spielend die Spitzengeschwindigkeit von 230 kmh. Würde es bei einer Oldtimer-Rallye um Geschwindigkeit gehen, der Audi wäre ein Top-Favorit. Und hier solche Kurven, das ist das, was ich liebe. Das Fahrverhalten des Roadsters lässt auf seinen Gründervater schließen, Walter Tresor. Der ehemalige Leiter der Audi Sportabteilung ist maßgeblich an der Entwicklung des Audi 80 Quattro beteiligt. Der bildet die Basis für das Cabrio. Zu erkennen ist das nicht mehr. Durch Spoiler und diverse Schweller ist dieser Quattro ein ganz neues Auto. Das Herzstück aber ist ein von Tresor getuntes 250 PS Aggregat. Was toll ist bei diesem Motor, der Turbo-Einsatz, so ab 4000 Umdrehungen. Wenn der Turbo richtig reinbläst in den Motor, dann setzt die Leistung vehement ein. Und dann diesen 5-Zylinder-Sound dazu. Ach, ich die Gänsehaut. Mit dem Tresor Audi Quattro Roadster besitzen Sie die Gänsehaut. Hier ist Klaus Steffens ein einmaliges Fahrzeug, um die kurvigen Landstraßen des Wieser Berglandes zu erobern. iódirekt